Moin und herzlich willkommen zu meiner Rezensionsreihe. Heute geht es wieder um die Shadowrun Missions, Season 9, Episode 5, Violent Shadows, also gewalttätige Schatten. Dieser Band hat 41 Seiten, wurde geschrieben von Tyler Vader-Höven und war ein Run für die 5. Edition und erscheint natürlich jetzt auch als Dual-Stat für die 6. Edition. Das Werk ist natürlich wieder im Neo-Tokyo-Setting angesiedelt, genau wie die ganze 9. Season. Infos dazu findet ihr in meiner Rezension zu 9.01. Der Auftraggeber hier ist die Yakuza und das Ziel des Runs ist die Befreiung eines entführten Kindes. Worum genau geht es? Ein Kind wurde entführt, mit welchem die Runner bereits in früheren Missionen Kontakt hatten. Es ist wohl eine Verwechslung, aber die guten Freunde in den Anzügen helfen natürlich, das Kind wiederzubekommen und deshalb werden die Runner darauf angesetzt. Der große Gegenspieler hierbei ist eine Straßengang, die Mitsu no Akuma aus Seattle, bedeutet so viel wie Wasserteufel. Ja, schauen wir uns die Szenen einmal näher an. Wir beginnen in einem der angesagtesten Schuppen in ganz Neo-Tokyo. Dort werden die Runner hinbestellt. Dort gibt es dann das Treffen mit einem Tanaka-san. Tanaka-san kann den Runnern bekannt sein, wenn sie die Season bereits gespielt haben. Genauso wie gesagt wie das Kind, auch das. Ja, dann geht es natürlich los, die suchen nach den Entführern. Das heißt, wir haben Beinarbeit und suchen nach den Bösewichten. Also diesen Mitsu no Akuma. Der Name ist den Runner dann auch, wie gesagt, anfangs schon bekannt. Und die findet man, findet aber nicht das Kind, sucht dann weiter, findet dann irgendwann in einer wunderbaren Spielhalle, die großartig beschrieben ist. Tolle Szene. Kann man dort den Boss aufspüren, mit dem entsprechend weitersprechen. Der wiederum gibt dann einen weiteren Hinweis, wo man eventuell weitersuchen kann. Ja, ein bisschen schlauchig, ihr merkt das schon. Ja, dann gibt es natürlich eine kleine Komplikation, weil ein anderer Yakuza dort dann auch nochmal seinen kleinen Anteil daran sucht in dieser ganzen Aktion. Da müssen die Runner sich dann wieder entscheiden, auf welchen der Stühle sie am Ende Platz nehmen wollen. Dann geht es weiter zu einer Lagerhalle am Hafen. Erneut ist man zu spät und zu guter Letzt kommt es dann zu einem Encounter auf hoher See, wo man dann mit etwas Glück das Kind birgt oder eben nicht. Ja, dann kommt es zum Ende des Auftrags. Abgabe, keine weiteren Komplikationen. Fertig. Eigentlich ein straighter Run, wie ihr gerade schon gemerkt habt, ziemlich railroady, weil es halt diese drei Szenen gibt, durch die man sich da durcharbeiten muss. Da muss man als SL natürlich flexibel sein, denn die Runner haben wahrscheinlich auch gute Ideen, mit denen man eventuell Step 1 oder 2 davon überspringen kann. Muss man jeweils sehen. Gibt in jedem Fall Möglichkeiten, die Sinn ergeben. Ja, halt Beinarbeit hilft an der Stelle einiges zu vermeiden. Dann haben wir den Punkt, ich sagte ja bereits, es gibt am Ende eine Rettung auf hoher See. Da die Runner im Normalfall nicht über ein Wasserfahrzeug verfügen, zumindest nicht im Neo-Tokyo-Setting, sollte man sich als SL nochmal die Regeln zum Stehlen von Fahrzeugen näher anschauen. Das ergibt Sinn, denn zu der Szene wird es wahrscheinlich kommen. Die Kämpfe, die auftauchen, sind grob balanced, finde ich. An manchen Stellen finde ich die Geister, die dort mit dazu geworfen wurden, ein bisschen übertrieben. Da muss man ein bisschen an der Stellschraube drehen, dass man das in seine Gruppe anpasst. Ansonsten ein, zwei Gänger mehr reinwerfen hilft immer. Ja, man muss schauen, wie man das haben möchte. Ja, wenn die Runner dann diese gesamte Situation sauber klären und das Kind gut befreien und das alles wunderbar funktioniert, hat man für alle zukünftigen Missionen dieser Runner eine Herausforderung. Dann sind die nämlich im Besitz einer furchtbar potenten Bombe. Eine Bombe, die sie sonst in Neo-Tokyo niemals kaufen könnten. Behaltet das im Hinterkopf? Das kann relevant sein für die weiteren Abenteuer, in jedem Fall. Ja, der Kampf wird in dem Abenteuer nicht zwangsweise vorausgesetzt. Ich denke jedoch, es wird mindestens auf dem Schiff zu einem Kampf kommen. Aller Wahrscheinlichkeit nach auch bei einem der vorherigen Encounter. Ja. Erneut soll das Ding in vier Stunden, also in einem Convention-Timeslot spielbar sein. Das sehe ich so nicht. Also, vier Stunden ist echt hart. Es sei denn, die Runner gehen wirklich direkt mit der Beinarbeit richtig vor und fokussieren sich genau auf das Ziel und finden alternative Wege jenseits von dem Schlauch. Dann kriegt man das vielleicht auch in einem Abend hin. Ich würde da immer zwei für ansetzen. Ergibt Sinn, denke ich. Ja, es gibt in diesem Abenteuer das erste Mal eine Karte. Nämlich zu der finalen Szene. Okay, es ist nur eine Übersichtskarte, wie das Boot am Ende aussieht. Aber hey, es gibt eine Karte. Yay! Ja, bewerten wir das Ding. Ergibt die Story Sinn? Ich würde einen Stern geben, denn dass es zu dieser Verwechslung kommen kann, ist klar. Dass der Zweck der Entführung eine Erpressung ist, ergibt auch Sinn. Was die jetzt genau mit dem Kind vorhaben, ergibt keinen ganzen Sinn. Aber alles in allem würde ich sagen, ein Stern. Haben wir alle notwendigen Spielwerte? Jo, ein weiterer Stern. Also sind wir bei Zweien. Wirken die NSCs die Motivation und das Setting überzeugend? Würde ich einen halben Stern geben? Wir haben eine Organisation, die sich so noch nicht damit beschäftigt hat, dann irgendwie von der anderen Seite der Welt versucht, hier wen zu entführen. Und irgendetwas? Nee, nicht ganz. Also das gibt nur einen halben Stern, das heißt, wir sind bei 2,5. Ist der Run im angegebenen Zeitfenster spielbar? Nö, keine Sterne. Spielmaterial, wir haben endlich mal eins. Ich gebe hierfür tatsächlich einen Punkt und damit sind wir auf 3,5 von 5 Sternen. Wow. Gar nicht mal verkehrt. Gut, also ich hoffe, euch gefällt diese Rezension. Lasst mir gerne einen Daumen, ein Kommentar und natürlich auch ein Abo da, wenn euch diese Art von Content gefällt. Bis zum nächsten Mal und lasst euch nicht mehr Drachen ein. Ciao, ciao.